Herzlich willkommen Freunde! Heute gibt es eine kleine Ausfahrt. Wir machen heute eine Vatertagstour. Dazu treffe ich mich gleich mit dem Sandro und dann nehmen wir euch mit und zeigen euch ein paar Fahraufnahmen und so weiter. Ich schätze mal, wir werden auf jeden Fall erstmal in Richtung Worms runterfahren, eventuell über den Rhein rüber. Aber wir haben da kein festes Ziel, keine feste Strecke. Wir fahren einfach mal drauf los und schauen uns, wo es uns hinführt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja moin und willkommen zur johnny show heute haben wir ein besonderes schmankel für sie meine damen und herren denn dieser dolly hat doch tatsächlich vergessen die akkus seiner kamera zu laden oh mein gott deshalb bekommen sie den rest des videos in einem schmackhaften hochformat viel spaß so 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 so